und zwar werde ich jetzt einfach nur helden anwerben 250 stück in den ganzen games ausgeben los geht's wo tut man die noch mal anwerben so 37.500 games werden jetzt verrollt ich glaube ich mache nur 3 roll ok los geht's oh medusa nice one die habe ich noch gebraucht ok kalypso nice minja not so nice happy queen pumpkin duke zum hundertsten mal ok die habe ich glaube ich schon aber es ist nice die noch mal zu haben ronien another one wie gems bin ich eigentlich 33.000 ich darf auf jeden fall nicht unter 7.939 trocken wie ist meister samtabu mann ich brauche einen sk ich habe noch keinen sk oder den rino der wäre auch nice phantom king komm schon grand tor geht ich habe auch noch keinen zweiten aber bis jetzt ist nur medusa als neuer held gedroppt komm schon karl 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 king go nice wo bin ich 18k es kommt nichts mehr scheiße another phantom king ich glaube es hexe ist schon die zweite jetzt zocobus braucht kein mensch oder kommt nichts mehr bin schon bei 12k Lady Leo ist meine zweite Auch nice Oh, was hatte ich gesagt? 7.900 1.900 Yes Der Rino Aber immer noch kein SK, Mann 7.900 also noch ein 7.939 Oh, das waren jetzt 250 Rolls So, was haben wir bekommen? Medusa, sehr nice Den Rino Ronin ist auch geil Kürbesexe auch geil Phantom King brauche ich nicht Die hier brauche ich Lady Leo auf jeden Fall Happy Queen Trento ist auch nice So, geil Schauen wir doch mal, was der Rino für Talente hat Der Rino und die Medusa Come on Da können wir eigentlich noch schauen, was Ronin hat Ronin und Lady Leo Jetzt habe ich keinen Platz mehr, glaube ich Kommen wir mal Hat 82 Slots Wo sind die neun Helden da? Lady Leo 1 von 8 Beinhort, scheiße Die hat auch noch 1 von 8 Live Train 2 von 8 Live Train Und 1 von 8 Tötlicher Treffer Da muss ich bei allen 4 Helden neue Talente bekommen Beziehungsweise Lady Leo und Ronin Den werde ich wahrscheinlich eh zum Evolvieren nehmen Joa, ne Ähm Passt dann aber auch schon 20 250 Rolls Und Ja, sollte halt nur ein kurzes Video werden Zu Castle gleich Ansonsten geht es dann gleich weiter mit WoW Also bis denn Ciao